willkommen ich zeige ihnen heute eine garnitur der neuesten generation von willy schillig sinatra eine ecke in lederweiß mit einem integrierten in kleiner wall free beschlag heißt es bei willy schillig oder ergo select oder wie auch immer aber vor allen dingen ist diese garnitur sehr sehr bequem sie haben natürlich in allen teilen die rückenstellung sie haben hier schon einen tollen sitz komfort mit einem hohen rücken und in diesem speziellen sitz haben sie eben den in kleiner integriert in kleiner heißt der in kleiner schiebt vor 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 und sie brauchen hinten überhaupt kein platz dann haben sie hier eine sogenannte überstreckung damit sie auch hier gerade ausschauen und nicht an die decke sehr bequem muss ich sagen sehr 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 bequem einfach zu handhaben durch diesen doppelmotor der diesen sitz rein zieht den rücken bediene ich manuell die anderen teile wie gesagt können sie hoch stellen sind aber hier hier ist kein ergo select integriert aber die rückenverstellung haben sie allemal überall ja bequemlichkeit wo ist angesagt long live leder hell freundlich und trotzdem sehr pflegeleicht ich sage ihnen wenn sie was brauchen wo ein sitz besonders gut ist und sonst immer noch genug platz für die ganze familie da ist sinatra das ist ihre garnitur dankeschön und tschüss